Hallo, Motherfuckers, und willkommen zu Overwatch, Overwatch, mit mir, dem Riva, dem Marcus, also Nero und dem Chahapa. Hallo, hallo, chp, hp, jo, alter, lauf halt nicht, ah, jetzt, oh, ich bin die Tratzer, bin zum ersten Mal die Tratzer, und dann ist, oh, was, wer kann dancen, ich, wie, wo bist denn du, hinter dir, ich seh dich nicht, du wirst mir nicht angezeigt, du wirst das Aufnahmeprogramm wahrscheinlich, das heißt, ich seh die Gegner wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht, Nehmen Sie den Zielpunkt ein So, dann lass mal mal Winston ein bisschen nach vorne Sind die Gegner noch nicht da? Ja, genau, jetzt hab ich wieder das Problem Alter, es ist so behindert, Mann, warum seh ich die Leute nicht? Ich kann mich schon wieder nur über den Scheißdreck hier aufregen Nur in dem Rotz-Game GG, Blizzard, Alter Seid so scheiße, ey Ja, es ist halt wie dasselbe, ich seh die Pussy nicht Das ist behindert, Mann Ich seh die Gegner nicht Okay Wenn es so weiter geht, kann ich den Scheiß hier nicht aufnehmen Weil mit, äh, mit dem Scheiß-Action-Programm, äh, GG an Action, gell, weil ihr seid einfach nur Lappen, Alter Mit Action funktioniert's sowieso gar nicht Was ist denn die Ulti von der Tracer? Äh, das ist die Mine, äh, die du schmeißen kannst Du bist sofort tötet Die ist auch verdammt schwierig zu setzen Ja, oben die Fähre Warte Du musst ja irgendwann mal runterkommen, ne? Jawoll, äh, ist klar Boah, die, ich krieg die aber nicht Ne, die kriegst du auch mit Junkrat nicht Wo ist die? Die ist tot Nur, oh Gott, bei mir Oben Oben Was ist weiter? Ach, das ist doch nicht wahr, Socher Oh Mann, ich vergesse jedes Mal meine andere Fertigkeit einzusetzen, wo ich mich zurücksetze Wenn ich mich zurücksetze, äh, regeneriert sie ja mein Leben, gell? Ja Und dann Video, wenn ich zu tun Das ist Bilder, die vor Ort bin Oh Gott, ich hab die arbeit Die Klappen wieder aktiviert Wo bin ich denn? Oh Gott. Jawoll. Para in der Luft. Aufpassen. Oh, ihre Ulti. So übel. Ach komm, du Scheiß-Soldier-Huren. Jawoll. Ich hab gar nichts dafür gemacht. Eins zu null. Und jetzt ist es mal das gleiche, oder wie? Ja. Das ist von der anderen Seite. Das ist eine andere Map. Das ist die gleiche Map. Nein, das ist eine andere Map. Das ist die gleiche Map. Das ist eine andere Map. Wieso waren wir dann gerade eben nicht auf dem Ladescreen, wenn es eine andere Map ist? Gibt davon verschiedene Maps. Vor allem Junglin Tower. Junglin Tower! Ich bin so überfordert. Oh, oh! Ja, ich habe gerade noch technische Schwierigkeiten. Ich bin da. Und die Farah ist auf der Karne echt übel. Jawohl, getrappt. Ja. Ja. Halt, stopp! Hat er gerade eben gesagt. Ja. Halt, stopp! Jetzt red ich. Ach du, von hinten kann jemand kommen. halt mal so ein bisschen ausschau hier da kommt auch jemand da kommen zwei leute eine tracer und mccree tracer ist fast da oh mein gott meine falle ist ausgelöst meine ulti unterbrochen ich krieg ja richtig schiss mit dem hin und herz wappen da dass du nicht von der karte runter fliegst ne also gings mir jetzt auch gerade die scheinbar jetzt richtig gut zurückgetränkt zu haben wenn wir das jetzt hier als zu dritt mal ein bisschen hier rumstehen dann haben wir es von hinten kommt schon wieder tracer die halb tot ist vorne fahrer fahrer und solcher solcher hat seine ulti ja aber da konnte ich doch nichts mehr machen du bist alleine ja bin tot 96 prozent alter das war so jetzt lächerlich ja 99 prozent ja dann ist er noch lächerlicher verlängerung was keine verlängerung jawoll easy doch ich hab pilz sogar wir haben zweimal den punkt eingenommen ohne probleme war schön ja bestimmt ulti wieder ja die stunde hat geschlafen das schaffeeinchen ja 29 prozent des teams schadens gehalt da kann man ruhig machen ne muss man jetzt aber nicht 17 119 von 17 1500 so wo geht es jetzt hin so wo geht es jetzt hin was ja keine ahnung ist ne wand voller ja ja kann man nicht pussy like that kann man nicht pussy like that wir haben keine tanks nicht ja ich sollte andere einen tank nehmen boah was ist das für ein lappen das ist vengarix kein lappen was man zusammenbauen kann kann man außen liegen ja x-jabber sagt das sogar oh jetzt schreibt man du bist immer so freundlich ja man sieht dass ich May picken will und dann ich picke May ja mach doch lieber Juni achso Jun ach wegen May und Juni und Juli ho 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 schluss mit dir schloss Stress aus schloss so wie war das jetzt ich muss den dinger auf werten und wie werte ich den auf mit dem hammer ja dann mit rechts ich glaube auf den raus ne links klick wie weit kann man den aufwerten bis level 2 dann habe ich den schon aufgewertet auf level 2 dann wenn du Q drückst wenn du Ultim machst dann mit der Stufe 30 oh Gott ich habe ein Problem ja der ist down komm ich jetzt her oh scheiße Alter wer ist denn der Fette da Alter ich bin der Fette durch dich kann ich nicht richtig sehen wo ich hinschieße ja tut mir leid ich muss halt hucken was gucken guckern 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 die Witter oh ne komm ah du bist der kleine fette Zwerg Alter guck mal dich an Spasti fetter Zwerg Alter na komm wer hat mich jetzt geheilt wo laufe ich denn hin ey das bin ich Achtung die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen ja ha 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 nice das ist alles facket auf hier vorsicht Leute jetzt uns ausleben ich bin unterwegs wieder nach vorne hoch hoch ach da kommen wir gar nicht hoch Alter ich check die mir ab noch nicht shit 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 aua du bist ja ok niemand kann sie oh oh ulti oh das war sauknapp oh oh hilfe ich brauche kratzen oh oh ich bin schnell schnell weg ich bin schnell weg haha warte wie war ich die letzte die Hunde meine Augen jucken du musst kratzen hm hab ich schon nice der war geil von wem von uns beiden hm mhm, 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 mhm Oh, oh Scheiße, ich wurde weggesnapelt Oh, Mann Yo, ist klar, Alter, dass du mich da gekillt hast, ey, what the fuck Fuck, Mann Müssen wir uns aber echt beeilen, dass die da jetzt nicht in den Spot kommen, ne? Ich hab jetzt Ulti wieder Okay Ich bin gerade aktuell da Ja, ich komm zurück Ja, jetzt ist es wieder vorbei, Ulti Vorsicht, Gegenverkehr Kommt wieder Gegenverkehr Unten, unten, Achtung Habt er sie? Ja, der hat schon jemand abgefangen Also, Dunkred Ulti Toll Oh, Mann Alter, ich hab ihn aus Versehen Durch den Luckshot weggemacht Einfach Jetzt treff ich grad nix mehr, oh Oh Jawoll Die sind nicht mal ansatzweise reingekommen, ey Bä 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 Das will ich jetzt sehen. Wahrscheinlich durch diesen auszusehen. Eins, zwei, zack, zack, zack. Ja, ich hab da einfach nur reingesprayt, weißt? Ja, okay, da kann man ruhig mal beeindruckend gehen. Ja, gut, Freunde. Ja. Für dich hat's gereicht, Spasti. Ja, wenn's euch gefallen hat, Bewertung da lassen oder kommentieren. Wir wollen das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut, tschüss.